Das Thema von heute ist, warum lügen christliche Missionare? Ich möchte selbstverständlich nicht sagen, dass alle christlichen Missionare lügen, aber wir haben es schon des Öfteren erlebt, dass insbesondere evangelikale Missionare Storys erzählen, Geschichten erzählen, Märchen erzählen, um Muslime dazu zu bewegen, den Islam aufzugeben und zum Christentum zu konvertieren. Ganz berühmt dabei sind dann die Träume. Hier, schaut mal, hier haben wir einen Muslim, der war früher Muslim gewesen, und der ist zum Christentum übergetreten. Ja, erzähl doch mal, Maximilian, du hieß ja früher, Ahmed, warum hast du denn den Islam aufgegeben? Dann erzählt er, ja, ich habe einen Traum gesehen und in dem Traum ist mir Jesus erschienen und er hat gesagt, ich bin für deine Sünden gestorben, nehme mich als dein Erlöser an. Für die Christen, was würdet ihr sagen, wenn ich euch erzählen würde, ich war früher Christ und ich habe Jesus im Traum gesehen und er hat mir gesagt, nehme den Islam an. Was würdet ihr dann sagen, was würdet ihr sagen, ja, da ist dir bestimmt der Satan im Traum erschienen und hat Jesus ausgegeben, das würdet ihr wahrscheinlich sagen. Und dementsprechend natürlich mit solchen blöden Geschichten, ja, da könnt ihr keinem Muslim mitkommen. Und ich möchte hier eins betonen, weil viele Christen, die sind so weit vom Christentum entfernt, dass sie vielleicht gar nicht wissen, wovon ich hier gerade rede. Wenn wir von Christen reden, dann reden wir von streng gläubigen Christen, das heißt Christen wie beispielsweise Evangelikalen, Pfingstlern, Baptisten, Pius Bruderschaft. Wir reden nicht von dem 0815 Christen, der noch nicht mal weiß, dass laut Christentum Jesus Gott ist. Und jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere, der gerade dieses Video sieht, sagen, was erzählst du da für einen schwarzen Sinn? Du hast überhaupt gar keine Ahnung, du lügst wieder über das Christentum. Warum erzählst du, Jesus sei im Christentum Gott? Das stimmt doch gar nicht, er ist der Sohn Gottes. Okay. Machen wir es ganz einfach. Gib einfach mal bei Google das Wort Trinität ein oder Dreifaltigkeit. Und dann schaust du mal, was das Christentum dazu sagt. Oder schau mal in den kleinen katholischen Katechismus, dann wirst du finden, dass dort steht, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Und so ist es auch in der reformierten Kirche, in der orthodoxen Kirche, in der lutheranischen Kirche, in all diesen Kirchen ist es so, dass Jesus Gott ist. Das athanasianische Glaubensbekenntnis, dass es drei göttliche Personen gibt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, und diese drei seien eins. Und man sollte sich natürlich als wahrheitsliebender Christ oder als wahrheitsliebender Mensch, der sich dem Christentum zuschreibt, die Frage stellen, wie kann es sein, dass man zur Konfirmation gegangen ist, oder zur Kommunion gegangen ist, zur Firmung gegangen ist, dass so oft Weihnachten in der Kirche gewesen ist, oder Ostern in einem mehr oder weniger christlich geprägten Land aufgewachsen ist, und immer noch nicht die Kernbotschaft des Christentums verstanden hat, beziehungsweise die Kernbotschaft der katholischen, evangelischen, orthodoxen Kirche verstanden hat, beziehungsweise nicht verstanden hat, wer Jesus überhaupt ist. Die Frage sollte man sich einfach mal stellen, das soll kein Tadel sein, weil ich war selber Christ gewesen. Warum hat man es noch nicht verstanden, dass im Christentum Jesus Gott ist? Normalerweise, wenn man nicht an Gott glaubt, geht man laut Christentum in die Hölle. Wenn man nicht glaubt, dass Jesus Gott ist, geht man in die Hölle, dann müsste das doch eigentlich so klar und deutlich sein, dass jeder Christ, der zur Kommunion, zur Konfirmation gegangen ist, das 100% verstanden haben muss. Aber Fakt ist, dass die Bibel bezüglich dieser Frage mehr als widersprüchlich ist. Wir finden beispielsweise Verse, die ganz deutlich darauf hindeuten, dass Jesus nicht Gott war. Zum Beispiel in Johannes 5, Vers 30, jeder kann das nachschlagen. Da steht, dass Jesus gesagt haben soll, ich kann von mir selber aus nichts tun, aber mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ist Gott abhängig von jemand anderem? Hätte ich diese Frage vorgestellt, hätte wahrscheinlich jeder ehrliche Mensch gesagt, nein, Gott ist unabhängig. Aber Jesus sagt hier, er ist abhängig, laut Johannes 5, Vers 30. In Markus 13, Vers 32 wird er gefragt, wann der jüngste Tag ist. Und er sagt, er weiß es nicht, dass das nur Gott weiß, dass das nur der Vater weiß, also im metaphorischen Sinne. Laut Markus 13, Vers 32. Und da kann man nicht erzählen, er hat ein Recht aufgegeben. Hier geht es nicht um ein Recht. Hier geht es um eine Eigenschaft. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Recht und einer Eigenschaft. Ich habe die Eigenschaft, dass ich sehen kann. Und ich habe das Recht, dass ich von meinem Nachbarn 100 Euro bekomme, weil er mir beispielsweise etwas schuldet. Ich kann zu ihm sagen, hier, nimm das Geld von dir. Du brauchst mir das Geld nicht zu geben. Aber das heißt nicht, dass ich eine Eigenschaft von mir verliere. Eine Eigenschaft ist etwas anderes als ein Recht, weil das sind dann die Ausreden. Und Gott lügt nicht. Und wenn Jesus in diesem Moment in der Lage war, dies zu wissen, dann wusste er es. Und wenn er nicht in der Lage war, dies zu wissen, dann ist er nicht Gott. Und wenn er dies wusste, aber gesagt hat, dass er es nicht wusste, dann hat er gelogen und dann ist er auch nicht Gott. Deswegen, wie gesagt, es gibt noch viele andere Versen diesbezüglich. Aber dann kommt die zweite, die zwei, die anderen Geschichten, die man erzählt wird. Da weiß man immer schon sofort, dass man es hier, und das kommt, wie gesagt, meistens von Evangelikalen, beziehungsweise von Protestanten. Wenn erzählt wird, ja, die Muslime, ihr habt ja gar, wenn also dann ein Muslim kommt, oder ein angeblicher Ex-Muslim kommt, der erzählt, ja, er hat das Christentum angenommen, weil er im Islam keinen liebenden Gott gefunden hat. Das sind immer Leute, die das erzählen, da weiß man schon von vornherein als Muslim, im Leben nicht. Dieser Typ war im Leben kein Muslim gewesen. Denn jeder Muslim glaubt an einen liebenden Gott. Und das ist die Perspektive, die die Christen vom Islam haben. Und dann denken sie sich, aha, die glauben bestimmt nicht an einen liebenden Gott, also erzählen wir das mal jetzt. Wir haben vor kurzem auf unserer Facebook-Seite etwas gepostet, über die Liebe zu erwarten. Wie liebt ihr Allah? Wer liebt Allah? Und das wurde tausendfach geliked, dieser Beitrag. Also gemocht, dieser Beitrag. Und hunderte Kommentare von Muslimen wurden gestimmt, ja, ich liebe Allah über alles, und Allah ist liebend, etc. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. So 5 Vers 44 beispielsweise auch, dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala Oh, ihr, die ihr glaubt, wenn ihr euch von eurer Religion abwendet, so wirkt Allah mit einem vollkommen, das er liebt und die ihn lieben. Und er ist der Allah, in Surah Al-Buruj, die 85. Surah Al-Buruj, und er ist der Vergebende, der Liebende. Ganz klar. Also das ist absoluter Oberschmerzen. Surah 3 Vers 31 Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Und so gibt es dutzende Verse und Hadithe. Hadithe, diese Art, von daher ist das einfach nur ein dummes Gesattel. Und wenn dann ein Muslim kommt, der sagt, ich kannte keinen liebenden Gott, dann zeigt das einfach nur, dass er kein Muslim war. Oder dass er, beziehungsweise, dass er Allah nicht gekannt hat. Und dass er ein absoluter, unwissender Muslim gewesen ist. Weil das ist sogar das, wo die Gelehrten sagen, die Liebe zu Allah, ja, die Liebe zu Allah, diese Beziehung, die Liebe zu Allah, ist die Seele des Monotheismus, sagen die Gelehrten im Islam. Gelehrten im Islam.